Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Trade-Besprechung. In diesem Video, da möchte ich dir eine kurze Einleitung geben, wie ich Momentum Aktien trade. Daytrading ist ein ganz anderes Spiel als investieren. Um gut und schnell als Daytrader zu verdienen, brauchen wir Momentum, einen Markt, der in Bewegung ist. Deshalb handeln erfolgreiche Trader Aktien, die sich in einem starken Trend befinden. Es sind Aktien, die sich mit Schwung in eine Richtung entwickeln. Wenn du mit dem Daytrading starten willst, dann ist der Schlüssel vor allem Aktien zu traden, die sich tatsächlich bewegen. Das ist sehr wichtig. Rein in Aktien, die sich bewegen. Als Daytrader haben wir kaum Spielraum, Gewinne zu machen, wenn wir Aktien handeln, die kaum Range und geringe Volatilität vorweisen. Ich suche immer nach Werten, die sich 5%, 10%, 15% oder 20% an einem Tag bewegen, sodass ich in der Lage bin, richtige Gewinne zu erzielen. Wir Daytrader leben von der Volatilität der Börsen. Das ist sehr, sehr wichtig, das benötigen wir. Schauen wir uns einfach dazu einen Trade von mir an, den ich in Amazon umgesetzt habe. Ich habe insgesamt 3 Schritte für dich, die du auch anwenden solltest. Um eben die Wahrscheinlichkeit zu bewerten, ob sich das Momentum in der jeweiligen Aktie weiter fortsetzt und sich somit Geld verdienen lässt. Du solltest folgende Punkte abarbeiten. Analysiere den Tagesstart, was hat die Aktie ausbrechen lassen, was ist der Catalyst und achte auf den Intraday-Trend. Beschäftigen wir uns kurz mit der Frage, was hat die Aktie ausbrechen lassen. Ich habe dir das ganze Thema hier auf der Folie schon gekennzeichnet. Die Aktie hatte Earnings, also Quartalszahlen. Der Katalysator spielt eine große Rolle für das Potenzial einer Aktie, ihre Bewegung auch wirklich fortzusetzen. In unserem Beispiel, wie gesagt, haben wir gute Quartalsergebnisse. Momentum-Aktien setzen in der Regel nach dem Tag des Ausbruchs mit entsprechend gutem Catalyst ihre Dynamik weiter fort. Du möchtest jedoch nicht blind die Aktie vom Vortag kaufen oder verkaufen. Und somit kommen wir zum nächsten Schritt, nämlich zur Analyse des Tagescharts. Der Tageschart einer Aktie wird hier viel über das Potenzial der Aktie erzählen. Wir wollen im Tageschart grundlegend sehen, was in den vergangenen Jahren passiert ist und was aktuell Stand der Dinge ist. Wie hat sich die Aktie in den vergangenen Monaten verhalten, als sie mit einem bestimmten Katalysator, zum Beispiel Earnings, wie jetzt in unserem Beispiel, mit einem Up-Gap oder Down-Gap eröffnet hat? Was hat sie gemacht? Konnte die Aktie einen mehrtägigen Lauf hinlegen oder wurde sie direkt abverkauft? Konnte sie sich danach fangen? Wie sieht der Trend jener Aktie aus? Befindet sie sich in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend? Diese Fragen müssen wir Schritt für Schritt abarbeiten. Nehmen wir uns als Beispiel dazu die Aktie von Amazon. Wir sitzen vor unseren Charts und sehen einen schönen Tag 1. Das war jetzt dieser Tag. Die Aktie ist nach dem guten Quartalsergebnis extrem stark ausgebrochen. Wir haben beispielsweise unser Aktien-Screening durchgeführt und dieses Chartbild hier sticht uns sofort ins Auge. Das sehen wir beispielsweise heute vor Markteröffnung. Das ist ein perfekter Tageschart für eine weitere Fortsetzung der Dynamik. Wir haben einen starken Aufwärtstrend mit überwärtsschnittlich hohem Volumen. Das sehen wir hier. Die Aktie ist sehr stark ausgebrochen und das begleitet mit überwärtsschnittlich hohem Volumen. Und gleichzeitig markiert die Aktie ein neues 52 Wochenhoch. Mit dem Schlusskurs hier haben wir ein neues 52 Wochenhoch generiert. Die Aktie hat des Weiteren eine Geschichte. Wir können nämlich erkennen, dass sie nach jeder Gewinnmeldung nach Tag 1 extrem stark abverkauft wurde. Wir sehen hier, am Tag nach den Earnings wurde die Aktie abgestraft. Dann hatten wir hier Earnings und die Aktie wurde auch wieder abverkauft. An diesem Tag, an diesen Earnings, da hat die Aktie extrem stark zugelegt und hat sehr gut geschlossen. Wir haben einen sehr starken Schlusskurs und die Aktie wurde mit sehr hohem Volumen begleitet. Das ist positiv zu werten. So, auf dieser Folie, da siehst du jetzt die Fortsetzung und das war auch der Tag hier, an dem ich dann auch meinen Trade umgesetzt habe. Nachdem wir also den Tageschart einer Momentum-Aktie untersucht haben und unsere Schritte abgearbeitet haben, ist es an der Zeit, den Intraday-Verlauf genauer zu betrachten. Selbst wenn alles andere aufgereiht ist, wenn die Aktie kein sicheres Intraday-Kaufsignal gibt, möchten wir diesen Trade nicht annehmen. Das ist der Intraday-Ein-Minuten-Chart und wir achten darauf, wie die Aktie am Vortag geschlossen und heute eröffnet hat. Wenn wir auf der Suche nach einer Fortsetzung auf der Long-Seite sind, möchten wir nicht, dass die Aktie um beispielsweise weitere 20% steigt. Idealerweise eröffnet die Aktie etwas tiefer, wenn wir eine Fortsetzung suchen. Die Aktie sollte natürlich am Vortag einen starken Schlusskurs hinlegen. Das haben wir ja gehabt. Wir können hier sehen, die Aktie hat hier nahe der Hochpunkte geschlossen. Wir haben einen schönen, sauberen, starken Schlusskurs gehabt. Weil wenn die Aktie schwach schließt, verringert es die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung auf der Long-Seite. Dem ist aber nicht so, wir haben hier einen bullischen Schlusskurs. Wir wissen, Amazon hat einen schönen Ausbruch im Tageschart, begleitend mit überprüftlich hohem Volumen. Wir haben einen starken Catalyst in Form von positiver Quartalszahlen und gleichzeitig markiert die Aktie ein neues 52 Wochen hoch. Hier kommen wirklich sehr viele Signale zusammen, die die Wahrscheinlichkeiten auf unsere Seite bringen. Die Aktie hat also sehr stark geschlossen und eröffnet am nächsten Tag mit einem kleinen Down-Gap. Und dieses Down-Gap, das ist nichts anderes als kleine Gewinnmitnahmen. Hier haben Marktteilnehmer ihre Gewinne mitgenommen. Und somit hatten wir eben die Möglichkeit, die Schwäche zum Open, dieses Down-Gap hier, die Schwäche zur Eröffnung zu nutzen und eben durch einen Red-to-Green-Move in die Aktie Long einzusteigen. Das bedeutet, ich bin hier am Vortageschlusskurs, nachdem die Aktie diesen nach oben genommen hat, Long eingestiegen und habe meinen Stopp dementsprechend hier auf das Eröffnungstief gesetzt. Amazon ist dann in eine starke Bewegung übergegangen, hat es Vortageshoch rausgenommen und ist dann wirklich schön ausgebrochen. Und ich konnte dann mit einem CAV von 2 aus dem Trade aussteigen. Ein sehr schöner Trade, besser kann es nicht laufen. Das war jetzt auch alles zu diesem Video. In der Videobeschreibung, da wartet ein Link auf dich zu einem Webinar von mir. Ansonsten alles Gute und bis zum nächsten Mal.